Angesichts der wachsenden Zahl von Flüchtlingen und Migranten hat Griechenland sein Asylrecht verschärft. Das neue Gesetz ermöglicht Asylverfahren zu beschleunigen und Antragsteller im Rahmen des Flüchtlingspakts zügiger zurück in die Türkei zu schicken. Inzwischen sind nicht nur viele Auffanglager auf den griechischen Inseln, sondern auch solche auf dem Festland wie das hier nahe Athen völlig überlastet. Über die Hälfte aller Migranten, die dieses Jahr nach Europa kamen, wählten den Weg über Griechenland. Das Asylgesetz gibt auch die griechische Regierung mehr oder weniger zu, sei auch dafür da, jene Migranten abzuschrecken, die gar keine Flüchtlinge seien und es trotzdem versuchen. Die neuen griechischen Regeln dürften auch den Migrationsdruck auf andere EU-Länder verringern. Denn die meisten Asylbewerber kommen nach Griechenland, um in ein nordeuropäisches Land weiterzuziehen.